Hallihallo und herzlich Willkommen zu Minecraft Bad Wars mit dem Alex Hallo Pierre Hallo Und dem Julian Und wir sind ein Team Und los geht's Und wir sind vierer Team Auf Floating Islands und nicht so lange hier rum Ja gut, lass euch das mal machen Ich kenn die Maps sogar Oh Ja, die haben wir auf einmal gespielt, stimmt Einmal, wo Pierre mit mir gespielt hat, irgendwie so drei Matches, da waren wir auch auf den Match, ja Oh mein Leute, ich bekomme einfach gar nichts Ich auch nicht Ja warte, der Trick ist, jeder muss so Nur kurz nehmen und dann wieder weggehen und kaufen Äh, was noch mal Rüstung, äh Mach Blöcke, bau dich in die Mitte Erstmal Blöcke am Anfang, jetzt lass wir in die Mitte Also ich baue schonmal Ja, baue du schonmal, weil ich sammle hier grad ein bisschen und äh, kauf mir, ich kauf mir aber schonmal Rüstung, dann kann ich direkt durchrennen Ja, mega leck, läuft bei mir Oh Hä, Moment Ich kann da, ich kann da Ich kann da Ich kann da Ich kann da Ja, genau Ja Oh, die anderen sind auch schon da Ja Ich baue gleich weiter rüber Okay, mach du mal Ich hab schon, äh Fangen mal mit zu bauen, ja Beilung, Beilung Jawohl Bring halt einfach rüber, wenn du wolltest Hochbauen, so können die durchrennen, Mann Ja Ja, auf Ja, auf Ja, auf Ja, auf Ja, das ist doch Ich mach Hilfe Ich kann das nicht Okay Ich bin jetzt da Willi, hinter dir Mach mir doch keinen Stress jetzt mal hier, wie schmeidig hier Wie lange der Typ gebracht hat, zum sterben Ich hab doch den 10 Minuten eingeschlagen, ey Wenn du nur einen Stick hast, oder keine Ahnung, oder nur deine Faust Ich brauche Essen, Alex Ihr seid immer so Hexen, oder? Ich hab auch kein Essen Ich hab auch kein Essen Nicht schlecht Wer will einen Bogen? Ich hab 8 Gold Alex, lass mal was mal abpacken, weil ich komm da nicht mehr rüber jetzt Ja, ich hab was dabei Ich hab auch nicht genug Sorry Alex, dankeschön, jetzt komm ich nicht mehr weg Vielen Dank Ich komme Hier, ich krieg grad eine Spitzhacke runter Ja, toll, bringt mir Warn in die Schicks Bauen wir den einen Block hier weg, Antonia Welchen denn hier? Ja, Pia, bau mich runter, das ist nice Schaut's denn aus, ist der jetzt hier, oder? Läuf Ja? Ja, jeder sollte sich mal selbst Blöcke und sowas mitnehmen, sonst wird das nix Naja Nee Spawn ist wo oben das Gold? Ja, äh, willst du einen Bogen oder so, oder? Wer kann damit umgehen? Oh, da kommt einer, da kommt einer, Leute Habt ihr ja schon gesehen Ah, ich bin runtergefallen Warte, wir, 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 wir kriegen einen Besuch Einfach einen roten Bogen, der soll draufhalten Sag Bescheid, wenn die... Ich hab beide getötet Ja, die sind weg Okay, gut, 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 gut Es war rot, ne? Ich hab noch einen Bogen, hier, ich hab zwei Bögen, ne? Ja, äh... Beide ungefallen, ich bin einfach der King Das hast du mir einen gegeben, aber keinen Fall, ne? Hier hat Antonia eingesammelt Routini Antonia nimmt du den Bogen, ich versuch einfach mal grad durchzulaufen zu rot Ernsthaft? Routini Danke Wir müssen aber in der Mitte die Stellung halten, dass da keiner hinkommt Das ist wichtiger Ja, erstmal einer, genau, wir rennen erstmal zur Mitte durch Das, äh... Äh, bringt einer mir mal Essen mit, bitte? Kein Essen mitgenommen Ich hab 13, aber nicht viel Ich hab ein Goldschwert, übrigens Ich hab auch ein Goldschwert, aber nur ein Einser Okay, wer willst du? Jetzt müssen wir hier die Stellung halten Ne, in der Basis Doch, wo ist rot? Lass mal zu... Einer hält mal die Basis und irgendwer rennt mal die Basis Nein, dann bleib ich bei der Basis Ich hab ein Goldschwert In der Mitte, nicht Basis Ich bin in der Mitte Ja, dann komm mal mit zu rot, Julian Ich? Julian Wo wir... Oh, oh, rot ist da, warte Antonia, bleiben wir hier? Rot will uns überraschen Ich, äh, schieß gerade auf rot Ach, scheiße, ich hab mich runtergehauen, aber nicht ganz Antonia, ich schieße auf rot Hey, Digga, geh mal weg da, du Spack Glaube ich, oder? Ja, schon Er, er, er hatte überlebt, glaub ich, Antonia Nein, er ist gestorben Ist gestorben? Alles Das stand, äh, im Chat Jo Jo Ich bin da gleich wieder weg, Julian Ich bin grad auf der Mittelplattform Antonia, du tust den Bogen richtig gut, ey Äh, nein Ich bin hier oben Du drehst dich fast andauernd Hallo, ich hab einen bisher getroffen Einmal Echt? Okay Ja, ich bin voll schlecht mit dem Bogen Ja, Digga, ist klar jetzt Ja, ist aber auch in Ordnung Ist ja scheißegal, was da Aber, ja, gut Ich brauch Essen, Leute Ich hab 26 Blöcke Ich versuch mich mal grad drüber zu holen Boah, Antonia, ich schau mal Du brauchst Essen Du brauchst Essen Ja, bitte, und vielleicht ein bisschen was essen, wär auch nicht schlecht Ja, ich schaule Warte, alles gut Und ne Spitzhacke brauch ich auch noch Ne, ich bin bei Gelb übrigens grad Das fällt mir auch nicht bei Irgendwens Wenn die jetzt ne scheiß Bogen haben Wenn die jetzt ne ekelige Runde hier Achtung, Rot kommt Wohin? Wohin? In die Mitte Oh, ich bin grad nicht Geh du mal schnell in die Mitte Ich bin nicht mehr da Alex, bist du nicht in der Mitte? Ne, ich bin bei Gelb Nein Du musst schnell mit Ja, ich bin grad aber gestorben Scheiße Ich hab mir keine Spitzhacke mitgenommen Das ist kein Problem Ich hol grad Essen von uns alle, ja Chillt mal Ja, ich hol grad Essen Anton, äh, Julian, hier Essen Ja, Moment Gibt's inzwischen wieder Eisen oder Hier, 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 hier Hier, 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 hier Oh, oh, danke Äh, ja Antonia, ich bin dir Essen und ein Schwert Und ne Spitzhacke, ne? Wollte ich mitnehmen Gibt's mal Eisen wieder in der Mitte? Er hat immer noch alles weggehauen Zack, zack, zack Zack, zack, zack Hier ist ein Schwert Ja, kannst du mir mal ein bisschen Eisen geben? Ah, hier Ein paar Blöcke noch Ja, das ist gut Da kann ich mir 3-3 holen Okay, guck dir mal Pia, guckst du mal grade Ich muss mal kurz Inventar ordnen Mhm Inventar ordnen Ja, ich kann so nicht arbeiten, weißt du? Achso So, die anderen Team sind wohl, äh Gelb ist in der Mitte Wir dürfen nicht in der Mitte Wir dürfen nicht in der Mitte Ja, ich war ja auch grad bei Gelb Nur, ich hätte auch das Bett abbauen können Wenn ich ne scheiß Spitzhacke dabei gehabt hätte Hatte ich aber nicht Das war mein Problem Okay Deswegen, äh, die Haare ist alles Gib mal, gib mal nur mal das Eisen Wenn du hast Okay Ich hab noch ein bisschen Eisen Oh Jetzt kommt mal irgendjemand mit zu Rot Ansonsten wird Rot als nächstes auf uns gehen Na, Antoni, ich geh mit Alex zu Rot, okay? Okay, ich halte dich wieder an Ich hab Blöcke mit Jan, komm, Julian Ich bin ab... Ich hab keine... Doch Ja, ich komm jetzt nicht hoch zu euch Scheiße, ich hab keine Blöcke dabei Fuck Ich hab kein Schwert dabei Hier, komm was Alex, Rot, Rot Mit dem Eisenschwert Yo, ich bin runtergefallen Ich hab den Falsschaden Fuck, ich muss... Okay, äh, äh, äh... Team Besprechung Aber Rot ist da oben Die könnten wir leicht umlegen Oh, Rot schießt auch nicht Ja, Rot ist da oben Aber Rot ist auch gut Das ist das Problem Zielt vermutlich besser als ich Aber Rot hat keinen Bogen mehr, doch Doch, Rot hat nen Bogen Rot hat nen Bogen Ja, ich hab auch gleich nen Bogen Jetzt hat er keinen Bogen mehr Rot hat keinen Bogen Sehr gut Rot hat nen Dreierbogen Ja, der oben in der Mitte, der muss weg Der hat... der sammelt das ganze Gold ein Nee, den... der hier oben war Den hab ich weggekickt Antonia? Hast du noch Eisen bei dir? Äh, drei Eisen, ja Du weißt die mal bitte raus Das Gute ist, ich treff irgendwie nur Wenn ich um die Ecke guck Wen gibt's denn noch? Ja, dann weißt die mal bitte schnell die Eisen raus, Antonia Wissenrot Ah Die sind bei ihrem Eingang Ich schließ da einfach mal drauf Einfach aus Prinzip Ja, ja Die haben... die haben gar keinen Bogen mehr Doch, äh, Alex hier Ich hab... Alter geil, ich hab einen getroffen Äh, ne, ein Goldschwert Ich hab mir jetzt grad gekauft Richtig eins Aber gut Oh, die haben auch einen Bogen mehr Switch Wie viel hast du, wie viel Eisen hast du? Ja, jetzt haben wir verkackt, ne? Dann gib mir das, dann hol ich mir eine bessere Brustplatte Eine Siebener Hm Ach, ich wollte mir ein Blöcke holen Stimmt zum Hochbauen Ja Ja, und richtig viel Wir haben auch genug Ding hier Von daher Keinen Geiz, kannst du locker drei Stacks oder so kaufen an anderen Dingern Dann haben wir jetzt eineinhalb Stacks, das sollte reichen Komm, wir tun uns doch nicht so schlecht, wir sind doch nicht einmal gestorben Ja Ja Ja, ich bin schon gestorben Ja, bitte Ach, komm schon Ein Gold noch, ey, dann hab ich ein 30er Aber wie geil, die die einfach gerade runterschießt die ganze Zeit Ja Also, Antonia hält hier die Stellung und wir rennen mal hin, okay? Ja, ich brauche mich gerade hoch zu denen Perfekt Jetzt bauen sie sich zu, weil sie Angst vor mir haben Das ist gut Jetzt kommen Äh, aber hör mal kurz unter der Luft Hör mal auf mit schießen Damit die mich nicht treffen Das wäre jetzt ganz böse Alles, ich bin hinter dir, mal fassen Ja Wir schießen, ne? Ja, ich weiß das Ja, Alter Ja Alles, du darfst dich da keinen Millimeter irgendwie wegmachen Sonst, sonst Alles, komm, wir darfst dich zu, pass auf Das ist mir nur egal Du komm Okay, Achtung, blau kommt Oh shit, der hat mich runtergeholt Aber das ist gechillt Ich hab noch ein paar Herzen Ah, da ist einer in der Mitte Ah, die schießen ja mit dem Bogen rein, weißt du was wir jetzt machen? Ah, ich hab nicht viel, ich werd mal was versuchen Wo sitzt der denn? Ich versuche mich hier unten langzugraben bei denen Achtung, ich komm Ah, du stehst im Sichtfeld Da oben Hab einen Der wollte dich anschreichen Sehr gut Den hab ich gerade geholt Also ich, ich versuche mich Pass auf, da kommt noch einer Leute, ich versuche mich grad bei Rot anzuschleichen Ich baue mich grad an denen ihren Weg vorbei Okay Aber hab noch einen geholt Yo, das ist gut Sehr gut Dann haben wir keinen Bogen mehr Hast du noch Gold für mich? Fuck Okay Ich tippe du dimmiges Arschloch Jawoll Weiß nicht ob... Nein Hat Rot im Moment noch irgendwas? Da ist noch einer Antonia, ich baue noch... Nein! Alter, ich baue mich tot Hat Rot grad noch Bogen? Ich bin tot Ich weiß nicht, ich weiß nicht Fuck, Leute, habt ihr was für mich? Ich hab jetzt nichts mehr Ich... du kannst mal kommen Dann hab ich eine Spitze weg Ich baue mich mal rüber Ich bräuchte Eisen von dir Wenn du was hast Du musst hier kommen In die Mitte, da liegt das ganze Ich weiß nicht ob in der Mitte... Also hier im... nicht in der Mitte, sondern im... Na komm, Eisen Ja, die haben doch noch... Antonia, wir kriegen Besuch Du musst den weg... du musst den weg machen Ja, der hat mich umgebracht Scheiße Mann ey Geh mal vor, wir haben nix Die kommen Ich hab ja auch nix Ohne nix beziehen Ist der jetzt runtergefallen? Nein Okay Diggaaaat Mach mal halblang Rettung naht Bei... Ich bin bei denen halt gestorben Das ist mein Problem So, wollen wir mal abschießen mit einem 13er Bogen? Hast du einen 3er Bogen? Ich hab einen 13er Ja Ich hab den besten Bogen jetzt Ja, dann mach's doch Wo sind sie denn? Ich seh sie nicht mehr Also der eine ist jetzt Richtung Mitte gegangen Der ist gerade die Treppe hochgüpft Der ist auch wahrscheinlich auch der einzige mit Bogen Da kommt noch einer an die Treppe hoch Ich seh meine Pfeile bei mir fliegen ey Okay, wir sind jetzt zu dritt in der Mitte Ja, zwei Stücke hier, alles liegt hier Sieben Die kommen, sie kommen, sie kommen Okay, sie kommen Dann, dann versucht ihr den Bogen Aber ohne Bogen Und ich bleib mal hier zurück Ja, ich bin auch da Oh, ich konnte sie wegholen Zwei, drei Mal Aber Einen, zwei Leute von denen Wieso soll ich meine Pfeile nicht fliegen? Auf was ist denn die Sichtweite? Okay, sie gehen wieder Sehr gut Gut, dann haltet mal kurz die Stellung Ich muss mir mal ein Pullover anziehen Das Arsch kann Was machen die da bitte? Alles um Wo ist denn die Mitte? Wer ist einer? Über dir, Alex Zwei Leute, pass auf Ich weiß, ich hab's gemerkt Entschuldigung, pass mal auf, die sind über uns Die sind in der Mitte und safe in Gold Die dürfen halt nicht durchkommen Sonst haben wir gelitten, wenn die sich viel Gold schnappen können Deswegen geh ich jetzt grad zu dir Alles, ich komm mit Das heißt, wo ist jetzt Julian? Wo bist du? Ich bin in der Mitte Hier war ein Roter Der Zweite weiß ich nicht wo der ist Ich find ich auf dem Weg zurück zu ihrer Base Ja, Julian, wo bist du gerade? Komm Pia, lass dich mal hier die Base bekämpfen Was macht der da? Da vorne kommt schon einer So Leute, bin wieder da Okay Du hast grad gar kein Gold eingesammelt Pia, ne? Nein, aber ich bin jetzt bei dir Äh Ja, dann halt einfach mal mit und frei Dann sammle ich hier Gold Rot ist nur noch zu dritt Achso, ich hab auch noch Gold Da kommt einer Ich hab auch noch elf Gold Hab ihn Ja, du hast ihn zu mir gebobst und ich hab ihn weggehauen Sag Bescheid, wenn wir jetzt hier kommen Wie schießt du überhaupt von hier? Ist auch viel Weißt du mal Oder darfst du immer Ja, du bleibst da Ich geh in die Mitte verschließen Ja, komm dir mal von unten, Alex, pass auf Mhm Sie kommen echt von unten, da ist einer Aber der läuft gerade wieder zurück Ah, das ist Hier ist auch Julian, dann machs doch Ich bin gerade im Sleak-Modus direkt vor dir, Alex, gell? Ja, ich bin grad wieder auf dem Weg zurück Ich hab acht Gold Ich will die safe und mir davon was holen Versteckt Ja, ich hab auch elf Hättest du was sagen können, ne? Och, Julian Ja, ich sag das doch nicht Also wenn ihr bisschen was Gold übrig habt Ich hätte auch gerne einen besseren Bogen Ja, ich mach jetzt erst mal was Ich hab elf Gold Also ich investiere Also wir haben ja die aufteil Ihr habt ja alle Bögen Von Rot sind nur noch zwei da, gell, übrigens Ja, die sind irgendwie gelieft Ja, die sind irgendwie gelieft Ja, das ist gut für uns Von daher Soll ich mal vorstürmen und die mal wegmachen, schnell? Okay, warte mal ganz kurz Ja, warte mal ganz kurz Ich komm, Köln Ich hab jetzt keinen Bogen, sondern ein Eisenschwert und eine Rettungsplatform Und, ja Kann ich mal jemanden in der Spitzlage bringen, damit ich den im Wetter bauen kann? Weil ich hab keine Ja, ich hab einen, ich komm grad zu dir, Pierre Achso Ich komm, ich komm In die Mitte Ich komm zu Ich bin in einer Sekunde da, wo du gerade warst Ja, warte, warte, warte Ähm Lauf bei mir Lauf bei mir So Die liegen zu mir Okay, perfekt Ich hab einen getroffen Ich hab einen getroffen nochmal getroffen Scheiße, doch hab ich Ja, einer, einer ist tot Ja, mach dir, Trang der Unsichtbarkeit, wenn du kannst hören Hab ich 15 Sekunden, dann rush durch Ja Komm, 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 komm Haben die noch was? Äh, nö, eigentlich nicht, ne? Einer ist down Okay, sehr gut Dann rennt jetzt in die Mitte Ich bin hier auf einem Schleischweg, komm Renn durch Sie kommen wieder von ihrem Bett Ja, warte, noch nicht, noch nicht Ah, scheiße, jetzt hab ich ne Ah, ne Eisenspitzhack hab ich vergessen, fuck Okay Die haben mich weggeholt Ja, ich hab's gesehen, du hast den aber mitgenommen Scheiße Warte Richtig unnötig bin ich gestorben, ey Richtig eigenverschuldend Haben die jetzt noch Bögen oder Gold oder irgendwas? Nein, die sind gestorben Die sind beide gestorben, die kommen nicht mehr in die Mitte, Julian Los, jetzt, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen Ich kann nur sich nichts mehr holen Ja Ihr müsst, äh, bekämpfen Ja Die sind eh nur noch zu zweit Du bist mit deinem Bogen auf, Antonia Die können nichts machen Du bist mit deinem Bogen gerade wieder am Start, oder was ist los? Ja, ja, schon die ganze Zeit Sag Bescheid, wenn die zum Spiel zu kommen Was für ein spannendes Spiel Dann ist es Es ist unnötig spannend, weil wir Ein deutlicher Überzahl sind Ja, aber Ähm Was wollt ihr jetzt? Ich hab grad einfach nur so einen inkompetenten Move gemacht Ich bin durch Fallschaden gestorben Weil ich runtergesprungen bin aufs Bett Weißt du, ich renn da voll geil durch Fick die alle weg, weißt du Und du Stift Hat der Eisen für mich, bitte Wer 15 Sekunden Äh Antonia, Julian, habt ihr Eisen für mich? Nein, ich hab nichts Ich hab gar nichts Ich hab Eisen noch, ja Okay Okay, Rot kommt Rot kommt Wo denn? Von der Mitte aus Haben sie gerade geguckt? Oder der eine zumindest Julian, du bist doch in der Mitte Die sind jetzt beide wieder in der Mitte Die sind beide in der kompletten Mitte, ja Ja Ja, warte, wir können aber unten lang Rushen Pass auf Ja, wir haben den Weg unten Ich renn mal unten Ich hab nicht viel Ich renn unten durch Ich brauch wieder ein Schwert Deswegen Ich muss ein Schwert holen Wenn keiner bei denen in der Base ist Okay, sie gehen zurück Sie gehen zurück Sie gehen zurück Warte, warte, warte Ja, ich bin ja in ihrer Base, deswegen gehen die zurück Okay, los Los, schnell, schnell, schnell Nein Ja, Uweck ist abgebaut Nice Jawohl, Alex Jetzt holen wir sie auf Einen hab ich gekillt Ja, den holen wir Wow Jawohl Jawohl Alter Nein Ich hab beide gekillt Ey, die geben sogar GG Die geben sogar GG Natürlich, man Pierre schreib auch GG Dann kriegst du ein Award Ja, dafür, dass wir in Überzahl waren Ja, gut Ich mein, sie haben wirklich gut gespielt Aber die waren aber zu viert Die ganze Zeit Ja, dann sind wir zwei gegangen Ja, die waren erst am Ende gegen zwei Aber gut, danke fürs Zugucken Das war doch mal eine erfolgreiche Folge Bis wieder Tschüss Tschüss